Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Aufnahme meiner Tutorial Reihe wie man mit PHP probiert. Heute geht es um MySQL um genauer zu sein MySQLi. Warum MySQLi? MySQLi ist meiner Meinung nach die simpelste aber trotzdem auch eine sehr gute Implementierung von MySQL innerhalb von PHP, dass ihr sozusagen mit PHP auf eine MySQL Datenbank zugreifen könnt. Was hat das für Vorteile mit einer Datenbank zu arbeiten? Naja also relativ einfach, wenn ihr halt eine Datenbank habt könnt ihr halt Daten speichern und das ist eigentlich recht von Vorteil weil damit kann man sehr 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 viel machen und ihr könnt das halt auch ausgeben welche Rechenoperationen vorher schon erledigt worden sind und das möchte ich heute mit euch machen. Ich möchte heute einmal ein bisschen zeigen wie man halt mit MySQLi arbeitet. An sich ist das ganze nicht schwierig und von daher möchte ich das einmal eben kurz zeigen. Da ich aber jetzt der Meinung bin, dass halt jetzt sozusagen der super einfache Aufbau jetzt gerade nicht sehr sinnig ist. Vor allem weil dieser super einfache Aufbau dazu führen kann, dass ihr vermehrt Datenbankaufrufe in einem Skript habt, die aber nicht richtig geschlossen werden. Werde ich jetzt hier auch nochmal in diesem Skript hier noch einmal eine Klasse schreiben mit euch, die halt diese MySQLi Interface erweitert bzw. für euer Skript so vereinfacht, dass ihr halt eure Datenbankverbindung richtig und korrekt aufbaut. Das bringt natürlich nichts, wenn ihr dann halt zigtausend Datenbankverbindungen habt und irgendwann eure Datenbank sagt, ihr könnt nicht 10.000 Verbindungen gleichzeitig haben und dann halt einfach abblockt und dann wird halt euer Datenbankserver erstmal nicht mehr laufen, bis ihr halt diese Datenbank-Connections alle gekillt habt. Das ist nicht so nett, ist ein unschöner Effekt, sollte dementsprechend halt jetzt nicht so häufig auftreten und sollte man dementsprechend auch vermeiden. Von daher werde ich jetzt halt einfach eine Klasse schreiben, die haben wir hier schon unser Package-Source-Test, das wir hier auch zum Beispiel hier schon nutzen und das ganze werden wir jetzt hier einfach nochmal um eine neue File erweitern, die heißt mysql.php. Ich würde euch empfehlen, das Ganze genauso zu machen, einfach aus dem Grund, ihr werdet nicht da drum herum kommen, irgendwann das Ganze so umzuschreiben, weil halt einfache MySQLi-Aufbauten halt immer recht schlecht sind. So, ich werde auch nochmal darauf jetzt hinweisen, ich werde hier mit Prepared-Statements arbeiten. Für die Leute, die das nicht wissen, die sich noch gar nicht mit MySQL auskennen, MySQL ist halt sozusagen eine Datenbank-Sprache, auf jeden Fall einen Datenbank-Typ, der auf der Sprache SQL basiert. SQL ist halt eine Datenbank-Sprache. Den Syntax von SQL werde ich jetzt hier nicht erklären, den kann man sich aber auch super gut im Internet nachlesen, ist eigentlich super einfach. Das Ganze hier in diesem Fall ist so, MyPrepared-Statements sind halt eine erweiterte Methode von Statements. Es gibt halt einmal die normalen Statements mit der MySQL-Integration von PHP, die kann man so auch nutzen. Das Problem ist Arbeitsstatements, wenn halt sozusagen Nutzer-Input übergeben wird, kann der Nutzer prinzipiell Datenbank-Kommandos mit übergeben, weil wir senden sozusagen die Anfrage direkt in einen. Das heißt, wir packen sozusagen das, was der Nutzer uns übergeben hat, direkt da rein und der Nutzer kann prinzipiell durch bestimmte Tricks sozusagen seinen Input so verändern, dass er in der Datenbank zum Beispiel die ganze Tabelle droppt, die wir hier in diesem Fall in der Datenbank haben. Das ist nicht sonderlich witzig. Von daher arbeiten wir mit Prepared-Statements, die wiederum funktionieren eigentlich ganz interessant. Man sendet als erstes sozusagen die genaue Anforderung, sozusagen man sagt, Hallo Server, hier hast du jetzt diese Übergabe, mache das und das und trage das bitte in deine Datenbank ein und du kriegst gleich sozusagen die Inhalte. Das heißt, wir setzen an den Stellen, wo sozusagen ein User-Input kommt, ein Fragezeichen, das werde ich auch gleich zeigen und an dieser Fragezeichen-Stelle wird halt dann das Nutzer-Input gepackt. Das heißt, der Nutzer-Input wird erst in eine zweite Anfrage geschickt, aber der Server weiß schon ganz genau, wo Nutzer-Input hinkommt und dementsprechend wird er dieses Nutzer-Input gar nicht mehr sozusagen als Datenbanksprache ausführen, sondern er weiß, okay, das ist Nutzer-Input, das kommt einfach da rein und so kann man verhindern, dass halt Nutzer eure Datenbanken kaputt machen können mit Nutzer-Input, dass ihr ausversehlich zum Beispiel nicht geprüft habt, ob das eventuell Datenbank-Input sein könnte bzw. ob das halt die Datenbank kaputt machen könnte. Deswegen dahingehend sind halt Prepare-Statements sehr wichtig. Wenn ihr jetzt ein Tutorial findet und sagt, ja das ist ja viel einfacher, ja mag sein, dass es viel einfacher ist, aber es ist auch viel unsicherer und das solltet ihr immer im Hinterkopf behalten. Ihr betreibt eine Website später eventuell, die halt mit Datenbanken arbeitet und prinzipiell halt auch sicher sein sollte und deswegen ist es sehr wichtig, dass ihr das beachtet. Deswegen wird dieses Tutorial heute auch wahrscheinlich ein bisschen länger, ich denke mal 15 Minuten sind es bestimmt. So fangen wir aber jetzt an, bevor ich jetzt hier sozusagen noch weiter darüber rede und wir irgendwann am Ende nie fertig werden. Als erstes setzen wir den Namespace hier, das ist einfach source backslash test, das kennt ihr schon aus den vorherigen Tutorials. Dann machen wir die Klasse, die heißt mysql. So, das ganze machen wir nochmal so und dann packen wir jetzt hier unsere Klasse rein. Was genau kommt hier jetzt rein? Wir machen einmal eine Methode, wir machen einfach eine Variable, die heißt private $db. Darüber setzen wir halt die Information, dass es eine var ist und das ist mysqli. Kann man hier auch importieren, seht ihr jetzt auch das use mysqli. So, damit haben wir jetzt gesagt, dass es mysqli ist. Dann machen wir eine Methode public-function-construct. Das ist halt jetzt der constructor, den wir übergeben. Und hier müssen wir ein paar Sachen übergeben. Das ist einmal $string, $host. Dann haben wir $database. $user, $password. Und jetzt kommt halt noch so ein Kniff, den man halt auch, was halt auch mysqli auch noch kann. Ihr könnt ein Port übergeben. Und man muss dazu sagen, nicht jede, ja sozusagen Datenbank läuft auf dem Port 3306. Das ist der Standardport. Die machen wir hier einfach nochmal int $port. Setzen wir immer gleich null. Das ist halt jetzt sozusagen ein Default-Wert. Das heißt, wenn ihr das hier nicht übergebt, könnt ihr nur die 4 übergeben. Dann wird dieses hier automatisch auf null gesetzt. Und weil halt mysqli an der Stelle, wenn es ein null übergeben bekommt, wird halt der Default-Port genommen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel xam gerade laufen. Das werde ich euch auch gleich zeigen mit mysqli, äh, mit pp myadmin auch. Hier seht ihr auch den Port 3306. Und entsprechend brauchen wir hier zum Beispiel nur den Standardport. Hier machen wir einfach nichts anderes außer $this.db. Damit treiben wir auf db zu. Und das ist gleich New mysqli. Und jetzt sagt er auch hier, habt ihr schon gerade gesehen. Er sagt jetzt hier zum Beispiel, ihr braucht, äh, Host, Username, Passwort, Database, Name, Port. Das machen wir jetzt auch einfach. Übergeben jetzt das Host. Dann will er als erstes den Username, das ist $user. Das ist Passwort mit $password. Dann die Database. Und dann möchte er noch den Port.